geht das nicht die Sitzende Prozent muss ich ein Foto über nach links verschieben Lauf mich ja noch unten, da, da, ne ich muss ein bisschen abnehmen Klasse ähm können mich natürlich jetzt in den Tod stürzen ja, ich bin schon hier Leon, ich warte nur auf dich Klasse du musst doch wohl hier noch links weiter die Dings ransetzen können komm, bin ich weiter nach links das ist das Problem na, klasse warte, 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 warte oder, kann ich was sehen ich muss weiter nach links kommen ja, ja, warte, 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 warte das Problem ist allerdings, dass ich dir das Ding nicht setzen kann, ne, dass du du musst der Knopf bringt dir nicht sehr viel jetzt ach, quark, nicht rum ja das war mein kleinstes Problem, ne na, bevor wir jetzt hier hochkommen brauchst du nen Schleim auf der, auf der, auf der Dichtschiene also hm ja, das ist, äh, blöd, ne ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal geh mal zurück, geh mal zurück, geh mal zurück ganz zurück, ganz zurück was ist ganz zurück geh mal da zum Anfang hin klasse so, jetzt drück mal da hinten den Knopf für dich ja, das, äh, ist wieder so ne Sachen das ist auch einfach so wie können wir nur nicht darauf kommen wie kann man so blöd sein, jetzt mal ohne Witz ey komm, aber es war eindeutig schneller als das letzte Schleim das, äh, stimmt das haben wir eben definitiv mal schneller gelesen das war, glaub ich, Rekordzeit so, jetzt kannst du nicht entwischen auf der letzten Strecke werdet ihr sie brauchen oh äh, lass mich durch ja, Mann, Junge und tschüss ey, das war jetzt wirklich schnell im Gegensatz zu machen also, das nenne ich mal Rekordzeit für ein Level ja, ich denke, wir werden besser das heißt, dieser Titel heißt, wir werden besser und wahrscheinlich als der nächste nein, das war nur eine Hütte dass eure Test nicht wirklich wissenschaftlich sind oh, toll, die werden schwieriger guck mal hier, der Balken ich glaube, je höher der Balken ist dass du schwieriger hast das Level ist nicht bereits dieser Einsicht selbst eine Art von Test Glückwund und zum Abschluss des Tests Dankeschön Bitsch drück den Knopf, drück den Knopf drück den Knopf wo ist der Knopf? ach, warte warte so, da haben wir den ersten ähm ach, 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 ach ach, 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 ach make another one blue too I see what we must do so we must von Seite zu Seite springen so, warte warte, warte, warte I show you ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst na, geh nach oben, du Penner geh nach oben, du Penner du musst, äh, make me there a bubble and then I go to open and then I go down und dann weee, 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 weee weee, 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 da um fehlt Farbe wir müssen da oben noch ein bisschen mehr Farbe rankriegen unser Haus muss schöner werden ah, ja, jetzt sieht das schön aus nicht deine Kacke vorher ich hab den ersten Anstrich gemacht mach du hier mal da musst du immer zweimal anstreichen also bei sowas muss man immer zweimal streichen komm her jetzt musst du mir nachher hier unten das portal auch nicht nein geht er durch geht er durch jetzt darf ich springen ich habe angst spring jetzt ok hallo hallo das haben wir auch relativ schnell geschafft muss man so einfach mal sagen wir mussten einfach nur unser zweites mal anstreichen ja du weißt aber schon dass wir hier noch eine zweite bahn haben exit ist da oben warte da ist ein knopf ich guck erstmal was der knopf kann ach da hinten ist schleim ok geh mal da jetzt geradeaus durch geh mal hier einfach geradeaus genau das sollte ich nicht machen ich soll es irrenvoll aufgabe übernehmen sonst werde ich nämlich sterben dadurch kommen wir aber hier auch nicht lang wenn ihr diese strecke nicht abschließt müssen diese menschen sterben ich glaube ich komme da nicht durch das problem ist dass halt so ein gitter davor ist und ich komme durch das gitter nicht durch warte mal ne warte mal ah ok gut ich kann auf jeden fall hier ein portal setzen das ist die frage wo hast du bei dem schleim ein portal gesetzt ja ich kann ja das lest du ja dann wieder kannst du da irgendwo noch ein portal setzen ja ich kann hier oben noch warte ein portal wo du es setzen kannst mach mal jetzt so warte gleich noch mal ich mache noch mal jetzt ganz wahrscheinlich noch mal noch mal bitte noch ein zweiter anstrich dann würde ich jetzt sagen spring nach oben ja doch hat geklappt so jetzt musst du noch mich erholen indem du irgendwie hier was machst ja warte ich habe noch mal die partnerperspektive die hätten wir natürlich mal nutzen können die ganze zeit vorher und dann wäre das definitiv einfacher gegangen aber ok du musst jetzt hier nach oben kommen also du musst jetzt theoretisch genau dasselbe ach so ich muss einfach bloß den weg dahin ballern kann das sein ja versuch mal ob du das kannst ob du da eins hinsetzen kannst da ne seh ich nicht ich seh die band nicht ja aber ich glaube dafür sind auch noch diese dinge zur verfügung hm 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 die dinge ja die können irgendwo zu gut sein das stimmt schon ja ähm ähm drück mal den knopf jetzt ich drücke den knopf push the button to let me know before i can aah da ist ne wand blau da ist ne wand blau ok ähm machen wir mal weiter hier im text und machen jetzt alles blau was hier geht so die wand mal einmal blau machen bitte ich push the button es gibt wahrscheinlich nichts weiter nur noch mal irgendwas blau ob das wird alles blau unser Dorf soll schöner werden genau so dass auf jeden Fall jetzt nicht eine blaue Wand das ist äh würde ich sagen klasse warte mal hm ach komm was habe ich schon zu verlieren ich habe eh keine Frau und Kinder ne ne johann tust nicht zu spät würde ich sagen herr kann schon nicht irgendwie die warte mal warte mal bitte einmal ein Portal hier unten hin wo du es hast wo da ja und einmal bitte dort eins und das bringt jetzt was da ähm und machen wir da hin sonst ich sehe schon obwohl das könnte jetzt durchaus hier machen wir da hin wo da hin ne 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 jetzt musst du nämlich wieder blau färben achso und ich muss jetzt für dich da das andere jetzt da genau du musst da nämlich jetzt da 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 und dann äh da mit blau und dann da weißt du du musst jetzt den Knopf drücken i push the button ja ja und nicht daneben springen und nicht daneben springen das ist nicht wahr ey nochmal Leon Knöpfchen drücken und ja und gerade springen hm dann versuche ich das einfach warte diesmal haben wir aber ja macht zwei Färbungen und dann sind wir sicherer wir wissen ja mal doppelt hält besser ja war ja schöner anstrengend schön neiii ja das ist nicht wahr ey beim laufen auf dieser Mann ey ja ist so ich werde dich jetzt mal verfolgen aus deiner Sicht damit die Leute auch mal sehen wie du dich da anstellst man ey so unser doch soll schöner werden ich bin hier grad runter gefallen ey wie so und jetzt dreh dich zu der dünnen Wand hin damit du die dünne Wand ziehst ja sehr gut wir haben es vergleichbar so schnell geschafft wir werden immer besser hab ich das Gefühl aber stimmt kommt jetzt gleich richtig so ein heftiges Level ey keine sorge sollten sie je meinen heroischen Rettungsakt dokumentieren werde ich dafür sorgen dass euren Namen in den Fußnoten erscheinen ja ja jetzt sterben wir ich glaube auch jetzt entscheiden wir jetzt äh sind wir in irgendwelchen Fußnoten jetzt werden wir sterben weiß nicht jetzt schon Kammer 4 haben wir nicht schon jetzt die Hälfte geschafft von wir haben die Hälfte geschafft wow wir sind richtig äh ich würde sagen wir sind richtig geil wir sind einfach einen guten Lauf wir sind einfach einen guten Lauf wir sind einfach einen guten Lauf oh scheiße Würfel wir haben es die Hälfte mit dem Ding ich habe hier an die gut schneller laufen in Lern halten werden mhm mhm wo sie in der da wird nicht mehr die über die über die Beute bei der Beute bei der Beute bei der Beute die Beute die Beute die Beute so und jetzt geht ab die 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 auch schön weil du mit dem Weg schaust du kleiner Holerpenner ach echt ja den musst du übrigens im Flug fangen ja das ist derzeit kann man da durchkommen das war kein gutes Timing ja du kannst du das machen du bist immer gut so passt warte ich muss mal kurz gucken freu ich dir den Wahljagern fragt ihn ja und so ich würd sagen ich glaub in ja klasse du musst am besten wenn ich loslaufe musst du den Knopf drücken ja das hast du eben gerade auch gemacht als ich losgelaufen bin ich bin mal go losgelaufen ja ne da guckste ne da guckste wie ich das nicht ich bin auch ne Sekunde früher losgelaufen was das hättest du schon wieder ne wir müssen nur ne Treppe runter gehen erstmal ich hab so ein bisschen das Gefühl dass wir da irgendwas vergessen haben quatscht nicht jetzt geht der hier erst weiter ja wir haben auf jeden Fall ich würd sagen wir sind ja für die nächste Kammer ach du arzt es nicht aber hier diese Wände das hab ich mal bei einem LP von German Let's Fail damals gesehen immerhin weiß ich bisschen was wie die Wände funktionieren aber nicht viel man muss jetzt auf jeden Fall richtig schnell eins zwei eins da ist nochmal eins ok eins eins sowas gibt wenn ich den Knopf drücke zwei zwei aha da oben kommt das hä achso ich denke mal wir machen das einfach erstmal da ein bisschen ne wir machen mal da hin und mal dort warte wir machen da erstmal ein bisschen orange und da auch nochmal ein bisschen orange warte mal hier bei eins erstmal wir müssen noch bei eins erstmal hey wir brauchen dort erstmal ein bisschen ich glaub wir müssen da Speed sammeln und dann äh geht das los achso meinst du dort hab ich nämlich damals so ein bisschen gesehen es war irgendwie es ist zwar ein bisschen Fail aber so jetzt musst du mir mal äh da noch zwei Portale setzen auf der ne warte mal ich muss das setzen äh so jetzt kann ich hier richtig schnell laufen und ich muss dir im richtigen Zeitpunkt denn das Ding setzen aber das musst du ja aber da musst du mir erstmal hier die Portale setzen sowieso na lauf erstmal durch ich schieße dich denn da durch ich muss ja jetzt im richtigen Zeitpunkt du musst ja die beiden Portale hier auch setzen sonst hat das keinen Sinn sonst welche beiden ja dis achso dis so und dann im richtigen Zeitpunkt dann muss ich fliegen vielleicht musst du auch gucken dass die Stunts nicht hat und dann musst du es auch richtig setzen auf der richtigen Zeit oh scheiße entschuldigung du bist du bist du bist du bist du bist du bist